MoTeX ist ein Virtual Reality Fahrschulsimulator, der Fahranfänger auf gefährliche Verkehrssituationen vorbereiten soll. Er wird im Rahmen des Projektsemesters von fünf Studenten der FH St. Pölten für die Fahrschule Sauer entwickelt. Das gesamte System läuft auf einem Bewegungssimulator der Hardtail St. Pölten. Am Open Day der FH St. Pölten konnten Besucher erstmals auf einem virtuellen Parkplatz mit Können unter Beweis stellen. Neben Präzision und Reaktion ist auch räumliches Denken gefordert. Durch die Virtual Reality Brille kann man sich zum Beispiel beim Rückwärts-Einparken ganz so mal umblicken. Diese Sendung wird nicht nur umblicken, die Schleuchte an sich umcommandiert. Verst du? Wollt ihr so schweigern? sollt ihr die Lluchte vertreten?